In der vergangenen Woche konnten wir von einem fröhlichen Tauffest an der Fulda lesen. Überhaupt werden derzeit viele Kinder nach einer längeren Corona-Pause in unseren Gemeinden getauft. Die Taufe ist ein Zeichen, das mit Wasser geschieht. Ein Wasserzeichen. Wasserzeichen finden wir auf jedem besseren Blatt Schreibpapier. Und auf ein Blatt Papier kann viel geschrieben werden. Gescheites und Dummes, Böses und Gutes, Wichtiges und Nebensächliches. Auf einem Blatt Papier kann durchgestrichen werden und Neues dazugeschrieben. Ein Blatt Papier kann zum Schluss sehr schön aussehen oder auch sehr chaotisch. Was aber nicht zerstört werden kann, ist das Wasserzeichen im Papier. Normalerweise sehen wir es gar nicht, aber wenn wir das Papier gegen das Licht halten, dann sehen wir das Wasserzeichen. Das Wasserzeichen, das sagt, wer das Papier gemacht hat. Und ein Wasserzeichen kann niemand ändern oder wegradieren. Wie ein Blatt Papier ist auch der Mensch. Am Anfang ist er noch unbeschrieben. Aber im Haus seines Lebens wird jeder Mensch zu einem beschriebenen Blatt. Viele schreiben auf dieses Blatt. Eltern und Freunde, Lehrer und Ärzte, das Leben. Manches von dem, mit dem wir beschrieben sind und das das sind meist die schönen Strecken in unserem Leben, unterstreichen wir. Und manches streichen wir weg. Oder schreiben es weiter. Beschriebene Blätter sind wir allesamt. Und dieses beschriebene Blatt Papier, das wir sind, es trägt seit dem Tag unserer Taufe ein Zeichen, ein Wasserzeichen. Das Zeichen, das uns sagt, du gehörst zu Gott. Du bist in Gottes Hand und von seiner Liebe wird dich nichts und niemand trennen. Niemals. Du trägst sein Zeichen. Und was auch immer auf diesem Blatt geschrieben, durchgestrichen, unterstrichen wird, auf dem Blatt unseres Lebens das Wichtigste, bleibt unverändert stehen. Das Wasserzeichen. Selbst wenn unser Lebensblatt ein paar Knicke und Narben bekommen sollte. Selbst wenn neben dem Fröhlichen auch manch schweres Bild darauf gemalt wird. Selbst wenn manche Träne darauf fällt. Das Wasserzeichen Taufe bleibt. Es bleibt, dass wir zu Gott gehören, dass Gott uns annimmt. Gott spricht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Amen.